Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Wir sind gerade dabei, unsere Partie hier wieder gesund zu pflegen. Wir haben etliche Pfarrer mit. Okay, die sind schon gesund. Perfekt, dann schaue ich mal, ob wir von der Seite hier aus diese Gebäude hier vielleicht bekehren können. Aber ich denke nicht, da müssen wir zuerst die Wand einreißen. Wo sind denn Kriegselefanten? Habe ich gar keine mehr. Die sind nicht mehr da. Die sind allesamt über den Jordan gegangen. Ja, ist leider so. Das heißt, ich brauche drei Böcke. Da. Drei müssten mal fürs Erste reichen. Ja, mehr geht aber eh nicht. Vom Gold aus her gesehen schon mal. Gibt es hier irgendwo noch ein Goldlager vielleicht, das wir für uns nehmen können? Nein, aber hier hätten wir Stein. Gibt es hier vielleicht beim Feind irgendwo was? Da unten wären Sträucher. Vielleicht ist dann da drinnen was. Schön, der erste Triebock ist fertig. Stellt euch doch bitte, weißt was, stellt euch da hin. Der Erste ist schon mal da, das gefällt mir gut, denn du wirst hier gleich mal die Wand einreißen. Ja, ist so. Beziehungsweise, ihr könntest dir ja mithelfen, oder? So, vielleicht die Wand einreißen. Wird zwar nicht viel bringen, aber ja. Gut, das bringt eigentlich gar nichts. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es kommen eh schon die drei Böcke angestappt. Wir könnten ja auch die zwei Lager hier für uns gewinnen. Vielleicht können wir noch ein paar Trottel anlocken. Von den Feinden. Zwei, vier, sieben Mönche. Schön. Oh ja, da kommen sie schon. Nein. Äh, was machst du da? Okay. Ähm, Paladine, ihr seid dran. Nein, wartet, ihr seid dran. Schön bekehren. Perfekt. Schön die Wand einreißen. Sehr brav. Das haben die Möncheleins jetzt aber schön gemacht. Oh, oh, oh. Ihr müsst euch beeilen. Der muss weg. Ihr müsst euch auch beeilen. Der muss aufgehalten werden. Ihr müsst euch auch beeilen. Huf, schnell verkehren. Huf. Jawohl, der gehört uns. Gut, da geht's weiter. Da geht's weiter. Hier. Ola, die Waldfee. Puh. Schön. Prast. Ihr könnt euch wieder da zusammenbauen. Sehr gut. Ihr geht's wieder. Oder ihr macht's denn da platt. Und ihr nehmt das Gebäude da hin. Dann können wir hier auch ein paar Soldaten schon mal erschaffen. Ihr könnt sich der Wald hier mal versammeln. Oder ihr macht's da mal. Oder ihr könnt uns da mal ein bisschen was. So, vielleicht ist das Gebäude hier. So, vielleicht ist das Gebäude hier. So, immer schön weg. Und du kannst sie auch zusammenbauen. Wow. Der Mönch muss weg. Der muss auch weg. Die müssen alle weg. Den Faller, den ich uns bekehren. Nichts, aber man... Irgendwann, ihr müsst ja... Der muss noch weg. Dann haben wir vier. Die müssen noch weg. Dann haben wir vier. Stahlbekehren versuchen. Vielleicht können wir da ein paar Paladine noch erschaffen. Auf kurzem Wege. So, bitte kaputt machen. Passt. Kaputt machen. Kaputt machen. Ui, da hinten dringendlich kaputt machen. Oh Gott. Besser hin, ihr müsst es abhauen. Komm, haut's ab. Das wird ja eh nix mit euch. Wo kommen jetzt die Paladine her? Mann, die Mönche. Och, Mensch. Das darf jetzt ja nicht wahr sein. Schweinebacken. Runter da mit euch. Wir schatieren uns schon wieder alle Felder leer. Wie macht ihr das bloß? Das ist ja unglaublich. Das ist ja echt unfassbar. So, schön im Dorfzentrum rum. So, wie reibt es auch auf, dass die Reliquie weg ist. Vom vorigen Spielstand her hatten wir eine Reliquie. Die ist futsch. Die gibt es nimmer. Die ist irgendwie weg. Vielleicht war es nicht Fata Morgana. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ist jetzt weg. Da müssen wir halt so über die Runden kommen. Boah, ey. Wie schaut's? Ist der Einzige wieder auf? Ne, ich mag das nicht, wenn ich sie euch aufteilt. Um nicht zu sagen, ich hasse es. So, da unten. Das Dorfzentrum muss weg. Ja, gestern. Weißt du? Ich denke, ein paar Bogenschützen werden uns gut tun. Natürlich ist das Gold weg. Können sie euch gleich da hinstellen. Hier macht's den da platt. Hier macht's den da platt. Hier macht's den da platt. Ähm. Bitte, haut's da ab. Du machst das da platt. Komm, gestehr ab. Blödes Dorfzentrum. Was willst du denn hier? Bitte, lauf's. Ja. Das ärgert mich aber gerade voll. Wirklich war voll Gas, dass wir hier nichts von mir Gold haben. Ich bin ja aber auch ein bisschen selber schuld, ne? Weil ich das so schierig verbraten hab, das Ganze. So, wir sind's Ruhe hier mal. Was? Das ist, was das Luftzentrum ist hin. Aber die Bastarde geben halt auch auf Ebene. So. Wo bitte, Schnitz? Da wär. Das ist mir grad'n Rätsel. Ähm. Bitte den plätten. Wow. Stimmt, komm weg, du Glumpert. Das hier muss auch weg. Ich hoffe, dass es dann bald mal Ruhe ist, hier. So, das ist auch weg. Ja, die muss auch weg. Ich hab' keine Ahnung. Und, äh, ob man hier vielleicht herzengerade, warte mal, hier war was. Kommt man von hier aus, auch der, ja, es hilft halt nix. Die Blauen müssen halt weg. Wir werden halt wahrscheinlich da rüber müssen und dann uns rein auf die Blauen konzentrieren lassen. Wie das so vorschlagen, wir sammeln uns mal wieder alle hier, äh, falsch. Äh, da würde ich sagen. So, was ist da oben los? Da ist noch alles okay. Ähm, boah ey, ne? Das ist die Katapult, die nerven echt. Was haben wir da denn noch alles? Du kannst da gleich mal den Stall da dir vorknöpfen. Ihr macht's den da platt. Wow. Der Ball, den will nicht sterben, ne? So, bitte. Walter, du warst das anders. Äh, das kann ja nicht sein, oder? Dass man da ein paar von denen noch macht. Dorfbewohner sind halt so eine Krankheit, weil den Feind, die müssen halt sterben. Was ist denn? Passt, dann haben wir auch geplättet. Ihr könnt da helfen, hallo. Hallo, hallo. Ach, wisst's was. Ihr könnt es auch gleich bleiben lassen. Das ist ja fürchterlich mit euch da. So, schön entwickeln. Das Gold ist halt so eine Sache, ne? Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir noch ein paar Trieböcke zusammenbringen. Nochmal drei oder so. Und dann müssen wir uns hier den Weg runter bahnen. Das geht nicht anders. Die müssen da... Ich will da jetzt mal fertig werden. Das gibt's ja nicht. Ihr zwei nicht zusammenbauen. Boah. Nein, nicht geschafft. So. Da ist auch noch so ein Bürstchen. Vor allem, was dann auch wichtig ist, sind Mönche. Okay, also verkaufen, ne? Wobei wir eh nichts mehr verdienen dran. Das ist halt echt kacke, dass man da jetzt irgendwie... Dass man da kein Gold mehr so zusammenbringt. Wartet mal, wie schaut's eigentlich mit einem Handel aus? Wenn ich hier einen Marktkahn herstelle, also Marktplatz herstelle, da so, und da ein paar Kahn hin und her laufen lasse. Das müsste gehen. Für schnelles Geld sozusagen. Was macht ihr denn schon wieder? Was lassen die sich schon wieder umbringen? Manchmal ist das mühselig. Ich sag's euch ganz ehrlich. Manchmal ist das einfach nur mühselig. Bitte, äh, Marktplatz. Ich würd sagen, so nehmen. Dann brauchen sie nur hier hin und her laufen. Dann machen wir drei oder so, und dann geht das Rasen schnell. Hoffe ich halt. Ja. Ja. Hey, Sir? Sind wir da alle tot, oder was, ne? Es ist einfach zum Heudeln. Wie willst du denn da irgendwie halbwegs vernünftige Ressourcen zusammenbringen, wenn ihr da so einen Schmarrn macht? Meine Herrschaften, ne? Wie soll das gehen? So, ja, ja. Na, fein. Zum schweren Spion weiterentwickeln. Äh, Spion, genau. Skorpion weiterentwickeln. Aber ich will dann gerne ein paar von diesen Typen da haben, die machen richtig Damage auf Gebäude. Für Burg wegschlagen und solche Sachen halt, ne? Wärst gar nicht verkehrt. So, wie schaut's aus? Gleich fertig. Passt. Und wir dürfen wieder weiter holzhacken gehen. Wie schaut's eigentlich aus? Oha. Naja. Ich hab nichts gesagt. Wir brauchen einen neuen Wald. Einen recht großen. Vielleicht hier. Fertig? Passt. Gibt's gleich mit Baum helfen. So. Nicht genügend Gold. So, runter auf 2000. Genauso wie hier. Runter auf 2000. Wie klingt das hier irgendwie hin? Das gibt's ja nicht, dass wir das nicht hinkriegen. So, und jetzt aber. Mindestens, warte, was haben wir hier? Handelsgebühren. Das brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich. Meine ich. Und dann tun wir hier einfach hin und her handeln. Das wird wohl gehen. Dann werden wir wohl rasch Gold zusammen bekommen. Ah, du? Du hast auch keine Arbeit. Na super. Dann mach doch mal bitte hier ein Feld. Du wäre. Ist auch jemand, der kein Schöpfer hat, der Kiernteier. Alter, du wagst das, du kleine, miese, fiese Gurke. Äh, wüdet sie vielleicht? Okay, da tut der Wald nix. Komischer Kauz. Fertig entwickelt? Passt. Drei müssten vielleicht reichen, für ihr da so hin und her zum Fahren. Wahrscheinlich werden sie sich gegenseitig jetzt im Weg sein ein bisschen. Aber es wurscht. Vielleicht reicht auch einer, ich weiß nicht. Vielleicht probier ich es mal mit einem oder mit zwei. Dann könnte ich hier wieder ein paar Mönche machen. So. Die sich um die Leute hier ein bisschen kümmern. Alter, alles zerstört, ne? Alles kaputt. Boah, da kriegst du fast das Weinen. So, der ist fertig. Das scheint zu funktionieren. Schauen wir mal. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Aber wir kriegen kein Geld. Oh doch. Ernsthaft? Klappt das überhaupt jetzt? Das steigt immer nur um eins. Ich habe auch gedacht, das geht pro Lieferung. Null. Ich dachte, das geht pro Lieferung. Da muss doch eine Strecke sein, oder was? Damit da was erhöht, sich erhöht. Oder wie? Ich dachte echt, das geht pro... Das war dann wohl falsch von mir. Das war dann... Ja, das ist falsch von mir. Ich dachte immer, da kriegt man so... So 100 Einheiten oder so. Oder zumindest 10, oder was? Da kriegst du gar nichts zusammen. Es steigt zwar ein bisschen, aber... Das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Da kosten mir die Karren mehr, als was ich da verdiene bei denen. Jetzt habe ich gedacht, das bringt sich was. Nur mal so ein Test, ne? Aber ist ja wurscht. Ich nehme jetzt automatisch diesen Marktplatz hier. Das ist echt komisch. Ich habe echt gedacht, das geht einfach so, dass man so einfach aus wie sich 10 Einheiten oder so wollt, transportiert. Aber die haben gar nichts. Da geht gar nichts. Das ist nur... Scheinlich hätte ich das eine jetzt nicht entwickeln sollen, oder was? Das ist grad sehr enttäuschend. Da wäre ich jetzt mit einer Reliquie besser dran gewesen. Aber die ist halt nicht mehr da, wo sie mal war. Oh je. So wird das nichts. Schade. Habe ich mir besser gedacht. Also vorgestellt gehabt. Ja, und ihr, ne? Ist auch so eine Geschichte mit den Feldern. Halt schon da. So. Na ja. Du bist da auch eins. Da ist deines. Und du bist auch noch eins. Du wäre. Hui. Wie gesagt, ich habe mir das anders vorgestellt. Sehr viel anders. Hätte ich das jetzt berechnet, hätte ich jetzt nur geschaut, dass ich die blauen da unten kaputt mache. Aber die gelben gingen mir schon so auf die Nerven. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen Ruhe vor diesen Kasperl. Das mit Gold sieht mir jetzt echt voll an. Das habe ich mir jetzt echt besser vorgestellt gehabt. Was soll's. Was soll's. Ist halt so. Äh, ja. Dann tun wir halt wieder... So, tun wir halt wieder ein bisschen verkaufen. Hilft eh nichts. Das ist... Ist das jetzt echt so ein Kack, Mensch. Alter, bringt's nun. Geht ja. Schieß die weg. Der macht halt überhaupt kein Damage, ne? Herrje. Ach, Herrje. Wo sind denn hier Arbeiter? Da. Du reparierst mit denen da bitte. Dann brauchen wir noch einen Triebock. Dann werden wir viel in diese kleinen Armbrustschützen hier investieren. Da kriegen wir eine recht gute Einheit zusammen. Ja. Dann haben wir das Goldproblemchen wieder. Müssen wir halt ein bisschen so verkaufen. Da geht es schon. Runter auf den Tausender. Da kriegen wir schon ein bisschen was zusammen. Ähm, fein. So, 10 von denen. So, da noch ein paar. Und dann hoffen wir einfach mal das Beste. Dass man, dass wir jetzt dann da unten die Burg schnell einreißen können. Das machen wir schnell weg. Dann brechen wir bei den Blauen ein. Am besten gleich hier. Irgendwo. Bis dahin muss die Armee ein bisschen stehen. Aha. Bitteschön, ihr Paladiner. Ihr dürft sie mal ran. Und der muss auch zerstört werden. Dann können sie hier probieren, so zu ballern. Fast. Fast. Die muss auch sterben. Komm, die muss auch weg. Jawohl. Fast. Schön zusammenbleiben. Schön zusammenbleiben. So ist fein. Rauf da mit euch. Ja, ja. So schaut's gut aus. Felder haben sie noch gut. Hm. Könnte ich mir. Ja, ist eigentlich wurscht. Ihr könnt jetzt eigentlich auch Felder machen. Wenn wir hier noch ein Dorfzentrum herknallen. Die drei. Aber irgendwann muss fast Holz fällen, ne? Aber wir haben ja ein bisschen was noch übrig. Nein. Nein, geht's nicht los. Ach, scheiße. Was drauf. Passt schon. So. Müssen wir jetzt so ein bisschen hin und her fretten, ne? Was müssen wir machen? So. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Oh, was. So, ja. Wir haben jetzt 63 Einheiten. Ein paar Paladine wäre nicht schlecht noch. Zwei können wir mal machen. Das ist halt schier, ne? Irgendwie. Irgendwie schon armselig auch. Was wir da machen. Aber was soll's. So, sobald die hier fertig sind. Der zweite Paladin auch noch. Wir haben uns mal in Richtung grüne Kasperl hier begeben. Die Burg wegschießen. Da können sie schon mal eigentlich anfangen. Können sie hier den Weg verbreitern. So. Holt's mal da her. Zumindest da rauf. Da könnten ein paar Paladine euch schützen. Eigentlich alle. Wir haben's gleich alle mit. Vielleicht kommen noch ein paar Elefanten vorbei. Wär ja auch nicht schlecht. Was haben wir da? Ein Drehbock. Holla, die Waldfee. Ihr wisst, was zu tun ist. Den müssen wir uns verschnappen. Den müssen wir uns schnappen. Halt. Ihr nehmt euch den davor. Balladinkens. Hopp, 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 hopp. Bitte, 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 bitte. Hallo, bitte. Ah, der ist hier. Okay. So kann man's auch machen. So kann man's auch machen. Wo geht's ich schon wieder hin? Lass's denn doch. So, das ist breit genug. Wieder zusammenbauen. Schön da bleiben. Schön herkommen. Schön da bleiben. Äh, wo klicke ich denn hin? Gold dauert noch immer ein bisschen. Wir können aber schon wieder Nahrung verkaufen. Äh, Nanu, wo ist denn jetzt? Da. So, und wir können auch Holz schon wieder verkaufen. Das geht ja echt flott. So ist gut. Ein paar Paladinchen gebaut. Nanu, wo sind denn jetzt? Äh, da. Ja, ne? Ihr macht... Nein, warum? Das hab ich jetzt so nicht wollen haben. Echt nicht. Aufhören damit. So. Den einen konnten wir leider nicht einnehmen, so wie's aussieht. Ihr nehmt euch mal die Burg hier vor. Ihr geht jetzt mal in die Richtung auch mit. Ihr könnt da mal die Zelte einreißen. Und so ein bisschen euch amüsieren. Während die Trieböcke hier den Turm weg... äh, Turm sag ich, die Burg wegreißen. Boah, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ja, es ist halt so, ne? Das Ganze ist halt jetzt momentan ein bisschen zeitaufwendig. So, schön weg damit. Wir gehen jetzt. Bitte, bitte weg machen. Äh, bitte weg machen. Hier drei. Da. Nein, jetzt bin ich. Aber hier. So, ihr habt die Platz. Komm, werd rot. Der Rot wird dich schon lang. Alles zu spät. So, wir werden zusammenbauen. Passt, hier ein bisschen zur Kirschen fleißig. Bitte, ihr könnt's da weitermachen. Äh, ihr könnt's auch hierher fahren. Ihr macht's dem da platt. Hier, wir werden jetzt ruhig dem da. Passt. Ich geh jetzt weiter mit in die Richtung. So, ist fein. Schön beschützen. Wenn das weggehauen ist, gehen wir weiter Richtung Blau. Und ich beende dann auch mal wieder den Part. Schön langsam kommen wir ans Ziel. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.